Die Ananas ist eine exotische Frucht und eignet sich besonders gut für Dessertkreationen. Man kann sie variabel einsetzen, zum Beispiel grillen, flambieren oder schmoren. Ich werde es jetzt mit einem Universalmesser schälen und den Strunk herauslösen. Zuerst schneide ich das vordere Ende ab, danach das hintere und schäle die Ananas so, dass ich alle braunen Punkte mit entferne. Anschließend halbiere ich die Frucht, schneide Viertel und entferne den Strunk. So vorbereitet kann ich sie zum Beispiel kombinieren mit Kaffee oder mit weißer Schokolade. Zuerst schneide ich die Frucht. Zuerst schneide ich die Frucht. Zuerst schneide ich die Frucht. Zuerst schneide ich den Strunk aus und Investe erinneren. Vielen Dank.